Meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video zu KingGitra 96. Heute machen wir einen kleinen Rückblick in den 80er, 90er Jahren, wo die Musik noch von innen war. Heute zeige ich Ihnen die originale Musik und die gecoverte Musik, also die nicht-originale. Zettel habe ich hier schon erstellt, tue ich mich leichter. Er ist, ich glaube, die hieß Corinna, Co, Riffe of the Night, haben wir es da. Es dauert mal wieder, aber es ist normal. Klopp, 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 klopp. So. Wo ist denn die? Wir waren auf den Night, der vor 200 Jahren, die brauchen das für 1900. Ja, das war noch mal vor 8 Jahren, die DDG. Corinna haben wir es da. Das Original, das ist jetzt das Originale. Hört sich schon mal ganz gut an. Das ist nämlich das Originale von Veröffentlicht am 18.05.2011 und hergestellt an. Das Jahr, wo es rausgekommen ist, ist 1994. Insgesamt hat sie 3.311.390 Aufruf, äh, Abonnenten. Hört sich schon mal gut an. Ob die Frau noch weitermacht, das sei sie ja noch nicht. Jetzt kommen die gecoverte Version. Ganz klar, es gibt immer ein Originales und ein gecovertes. Ding Dong. Das hier. Werbung. Es ist jetzt das gecoverte. Nicht das Originale. Wo ich das gecoverte auch gut finde. Manche Leute halt nicht. Veröffentlicht am 9.10.2013. Er hat insgesamt eine Anzahl von 40.961.860 Aufrufen. Abonnenten. Gecoverte Versionen sind hier nicht sehr gut wie das Original. Obwohl die 80er, 90er ein bisschen mehr Hit hatten. So, dann gehen wir mal weiter. Zu den nächsten. Step Man. Das müsste jeder kennen. Step. Man. Ich dachte, was schreibt man den Step Man. Step Man. Hier ist Step Man heißt der. Also. You is Step Man. nicht das da mein gott 18 es ist dann wie heißt der typ noch mal jetzt so kompliziert und das nächste mein liebens haben heute eifel 65 die freige und ich weiß sogar welches unser desto Musik Musik Veröffentlicht am 21.07.2008 Und obwohl es ein Lied eigentlich ein 80er ist oder 90er Okay Abonnenten 135.900 Ne 135.964.677 Abonnenten Das Lied hat noch richtig einen Ried wie auf den 80ern Musik Jo War jetzt die gecoverte Version Das ist glaube ich das gefördert Ein bisschen Vorspul Da merken sie schon dass die Veränderung ist Nicht schuld Zwar passen wie drin aber das ist nicht das Original Das finde ich echt schade Wir machen Die Band lebt noch aber sieht wahrscheinlich auch nicht mal jung aus Jetzt gucken wir mal ein anderes Lied was sie bestimmt auch kennen Nämlich die U-Zone Mit Meier Mit Meier 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 Wo ist denn das Meier 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 mal veröffentlicht am 25.07.2009 also die ding hat auf abonnenten 6.987.140 abonnenten ein schöner hit aus den 80ern 90ern und jetzt noch die gecoverte version die nicht originale das müsste es sein eigentlich ab da ab da die du na ja morgen nicht wo wir da rausgehen eigentlich ne jetzt muss da gleich versuchen wir mal mit denen da ah man da lehrt das so lang das ist jeder mal typisches ist hier das netzwerk einfach hängt na egal ja dann bedanke ich mich noch mal fürs zuschauen euer king hydra 96 ein rückblick auf die 80er und 90er und 2000er jahre ja das war king hydra 96 und ich sage tschüss tschau 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 ja 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 ja